Für Detlef Wagner sind es derzeit die wohl ruhigsten und angenehmsten Wochen, seit er am Lageso arbeitet. Seit die Flüchtlinge an der griechisch-mazedonischen Grenze festsitzen, kommen täglich nur bis zu 30 Neuankömmlinge am Lageso an. Das bedeutet für Detlef Wagner natürlich weniger Arbeit, weniger Überstunden. So kann er sich mehr um seine Familie kümmern, was ihm natürlich sehr gelegen kommt. Aber Wagner wäre nicht Wagner, wenn er sich nicht anderweitig beschäftigen würde. So geht das CDU-Mitglied oft auf Landesparteitagen oder Ausschüssen. Ja, die Zukunft wird interessant werden, denn die Aufgaben für Wagner werden sich am Lageso ändern. Er selber wollte noch nicht mehr verraten, also es lohnt sich, dran zu bleiben.